hi aus norwegen und herzlich willkommen zu diesem kurzen supercharger video wir befinden uns hier in vovang oder fofang wie man es richtig ausspricht auf norwegisch und sind hier am supercharger und hier hat der supercharger 2 x 8 stalls 16 stück und hier ist es gerade sehr voll alles dort schein belegt ja dieser supercharger hier in vovang direkt an der e6 wenn man zwischen dillehammer und otter fährt dieses grad minus 15 grad also sehr kalt ich bekomme auch eine miserable ladegeschwindigkeit mit meinem model y ja und hier gibt es außerdem einen kleinen landhandel einen kleinen einkaufsware laden quasi und ja bauartikel und dahinter ist aber auch noch ein kiwi supermarkt und dort drüben ist das quidfjell thune dort gibt es auch einen supermarkt drin eine tankstelle und ein restaurant sicherlich noch andere sachen neben dem supercharger direkt hier daneben sind weitere schnelllader von eveni heißen die bis zu 200 kw und dort hinter da drüben gibt es auch noch mal weitere lademöglichkeiten auch von eveni die langsamen ladestationen ich weiß leider nicht wie viel die liefern ich gehe mal kurz rüber hier sind die eveni lader 50 bis 200 kw liefern die gibt und da drüben und ich klem gleich die finger ein sind weitere lader zwei kabel steht hier drauf wie viel die liefern entsteht scheinbar nicht das ist hier der supercharger in fuhwang droppevoll gerade ich weiß nicht ob gerade alle vom skifahren zurück nach hause fahren keine ahnung aber wir haben noch einen platz bekommen das ist natürlich ein versions 3 supercharger der ist auch noch gar nicht so lange im betrieb das hat erst vor wenigen wochen glaube ich eröffnet ja hier ist das quidfjell thune wie es heißt mit einem restaurant wie gesagt da ist der landhandelkupe extra supermarkt und hier vorne geht es auch schon direkt wieder auf die e6 und bevor wir jetzt die finger einfrieren verabschiede ich mich auch schon wieder aus diesem video hier sind noch weitere lader von eon clever wie ich sehe drei schnelllader was liefern die denn steht leider nicht drauf naja naja ok das soll es gewesen sein ich danke euch fürs zuschauen bitte abonniert mein kanal und betätigt die glocke dann werdet ihr immer auf dem laufenden gehalten liken kommentieren und teilen erwünscht